Aber warum kannst du eigentlich nicht stream-panzeln, nur wenn das kalt ist? Was ist denn das? Äh... What? Ach, lol. Es wird nur eine Minute sein. Mami muss nur sicher sein, dass das Kalt perfekt ist. Mal sehen. Da und da. Perfekt. Das ist voll schwer. Oho, schau dir. Du bist so liebbar in deinen kleinen Fußpajamaen. Happy Birthday, Sweetie. Oh, ich habe zwei Jahre heute. Ich denke, ich weiß ein bisschen jemanden, der bereit ist für ein Kack. Schau, 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 schau. Nein. Okay. Hier kommt es. Durch den Tunnel. Schau, schau. Alles okay, Mama? Gut, gut. Ihr könnt doch nicht klopfen, Mama. Das hört sich nach Streit an. Sie hat laut Nein gesagt. Wahrscheinlich, ob er seinen Sohn sehen kann. Schau, schau, was ich gefunden habe. Ich wundere, was es ist. Warum gehen wir nach vorne und finden Sie? Warum darf mein Papa mich nicht sehen? Oh mein. Wie viel Kack hast du? Wie viel hast du mir gegeben? Wie viel hast du mir gegeben? Eine Löffel. Aber das ist hinten so dunkel. Ähm, Mama. Kannst du dich mal umdrehen? Vielleicht mal gucken, was hier gerade hinter dir passiert. Mama? Ich sehe komische Buchstaben in der Luft schweben. Here we are. Hm. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Oh, Teddy. Okay, sweetie. Be a deer and play for a bit. Telefon. We will be right back. Nee. Ich will hier raus. Äh, äh. Left shit, um zu rennen. Ops. Äh? Wir waren doch gerade noch. Wo ist das denn? Behind edition. Mmh. Ta-da. Moment. Das muss da hin. Riesig, die anderen drei mit. Das muss da rüber. Das muss da rüber. So. 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 Aber wie geht es jetzt mit, was da drunter ist? Das verstehe ich nicht. Ja, aber das T-System ist hier noch nie verstanden an den Dingern. Will ich mir ehrlich zugeben. Hey, du findest mich. Wie, du kannst du laufen? Mein Name ist Teddy. Schön, dich zu treffen. Hey, was ist dein Name? Nicht so viel von einem Sprechner, oder? Lass uns ein Spiel spielen. Ja, fang! Ich schiebe das rünne Elefant, während du nicht schaust. Ich schiebe das rünne Elefant, und schiebe deine Augen. Okay. Okay. Uh-huh. Da. Du kannst jetzt schauen. Okay. ein russer gefahren Okay. Nee, hier ist nicht drin. Und überhaupt nicht. Du hast es gefunden. Cool. Wow. Ist das eine Musikbox? Hat es funktioniert? Welche Musikbox? Also die Musikbox? Wahrscheinlich schon. He, man kann es wirklich spielen. He, cool. Hallo, Chris. Hallihallo. Ich muss es eigentlich runternehmen. Das ist eine schöne Melodie. Hallo. Ich habe einen entsprechenden Teddy gerade bekommen. Es ist gerade mein Geburtstag und ich bin zwei Jahre alt geworden, Chris. Was ist das? Kann schon sein. Genau, dann schaue ich nochmal auf. Du kannst es lesen. Oh. Round and round and round. Hey. pick mich auf und geh auf deinem Bein. Ich will dir etwas zeigen. Wir brauchen einen dunklen Ort. Wie geht's mit deinem Kloch? Ich mag nicht. Ich mag nicht an dunklen Ort gehen. Vor allem mit dem entsprechenden Teddy, den ich auf dem Rücken tragen soll. Es muss noch dunkler sein. Oh, nee. Okay. 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 Ich werde mich nicht mehr im Schrank sein. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Wir müssen sich vorsichtig sein. Ich mag das nicht. Ich kann mich nicht mehr überstecken und Mama kommt irgendwie um mich zu holen. Boah. Ich kann hier drauf klettern. Hier kann ich nicht. Es ist eine Rillon. Ich bin nicht im Kreis gelaufen. Da bist du. Was machst du im Kloset? Oh. Bist du mit deinem neuen Freund spielen? Hallo, Herr Bär. Schön, dich kennenzulernen. Wie bist du heute? Hey, ich bin Teddy halt. Ich hoffe, du hattest einen guten Geburtstag, Hon. Auf der einen Seite, der Bär macht nachts Licht. Auf der anderen Seite, mein Schrank ist ganz schön groß. Jetzt im traurigen Clown in dem Spiel. Moment, war ich da drin? Alter, es blitzt auch so. War ich in der Uhr? Begehbarer Kleiderschrank, ja. Irgendwie schlafe ich nicht, aber ich will meine Mama noch singen. Okay, die ist anscheinend noch munter. Weil Licht noch an ist, weil sie hat das Licht vergessen. Hey, Teddy, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t! Hier geblieben! Nein, Teddy! Oh, nee, Teddy! Mein Teddy verschwindet! Okay, ich verschwinde! Was passiert hier zur Hölle? Was passiert hier zur Hölle? Kann ich das mitnehmen? Das ist doch ein Babyphone, oder? Nee! Kann ich das nicht mitnehmen und irgendwie Geräusche machen? Mama, hallo! Ein bisschen komische Sachen! Mama, hallo! Der Rademifo ist kaputt. Das geht auch nicht mehr. Mein Auto geht noch. Das Auto kann ich noch fahren. Und... Hier waren Käsen vorher. Warum ist das Käsen weg? Just normal things, genau. Okay. Äh... Der Flur sah irgendwie anders aus heute Mittag, oder? Anscheinend nicht so viele Kisten. Teddy! Ist da ein Teddy schon drauf? Da? Ist das die Mutter und der Vater und da ist noch ein Teddy hinten drauf? Entwurf. Der! Der ein Hund! Der! Entwurf! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich mit jetzt ist das Licht hier da ist schön schön licht und warm da fliegt sie da oben der ring ich weiß nicht lässt sich nur den Kühlschrank offen ich kann schon wieder Versteckmöglichkeiten kann ich klettern während ich den auf der Hand habe ich kann es mich mal ziehen wenn ich den auf der Hand so richtig was zur Hölle ist das hier ach das ist ein Kleiderständer ich brauche noch ein kann ich hier hoch den kann ich nicht ich habe Angst ich brauche jetzt wirklich einen teddybären zu streichen wie war die dunklen Mäntel Taschen, Schuhe. Kann ich jetzt da hoch das von hier aus machen? Ne, von hier aus komme ich nicht bis dahin. Das geht aber so weit auf. Irgend flackert das da. Fenster. Aber schläft Mama nicht in ihrem Bett? Da haben wir nicht ganz viele Sachen rumgeworfen. War ich da vorhin schon, da war die Spur noch nicht da oder? Ich bin grad schon lang gelaufen. Da kann ich auch noch nicht durchlaufen. Ich bin zu fett geworden. 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 Bei Hörungen aus. Ich warte auf. Es klingt wie es kommt von hinter diesem Knochen. Es muss jetzt ein Weg, um es zu öffnen. Es scheint, wie es diese aufkommt. Nein, Teddy, bleib hier bei mir. Wir müssen ja nicht nicht gehen. Was machst du da? Vielleicht braucht es eine Art Klappe. Ist es etwas, das wir nutzen können? Aber das ist doch das Amulett meiner Mama. Das Amulett meiner Mama. Was ist passiert? Warum hat es nicht öffnet? Vielleicht müssen wir beide an den gleichen Zeit pressen. Das ist es. Es scheint, dass die Erinnerung, die du mit ihr mit ihr ungelöst hat, die Tür ungelöst hat. Vielleicht... Wenn wir mehr Erinnerungen finden, könnte es uns zu erinnern. Ich mach den Teddy. Möchte ich wieder zurück gehen, oder?